Jo Leute, ich habe jetzt ein Vermögen ausgegeben für die AirTags und gebe jetzt sicher kein Vermögen aus für den Schlüsselanhänger. Der kostet nämlich genauso viel wie die AirTags selbst. Also baue ich mir selbst einen Schlüsselanhänger. Beziehungsweise baue ich mal rein. Ja, probieren wir es mal. Irgendwie geht das nicht. Oh Mann, da ist nicht mal ein Kratzer drin. Ich brauche einen stärkeren Bohrer.